Diese Frage habe ich bereits öfter gehört und auch im Internet gelesen. Wie teuer ist ein Rubin? Was kostet ein Rubin? Manchmal war die Frage auch schon ein wenig präziser. Was kostet ein 1 Karat Rubin? Doch auf keine der Fragen gibt es eine Direktantwort. Eine passende Gegenfrage wäre vielleicht, was kostet ein Auto? Und schon wird klar, ein Rubin wird nach vielen Kriterien bewertet. Wie teuer ein Rubin letztendlich ist hängt von so vielen Faktoren ab, dass eine pauschale Antwort schlicht nicht möglich ist. Bei der Bewertung spielen Gewicht, Reinheit, Schliff, Fundort, Farbe, Glanz, Nachbehandlung und die Zertifizierung eine Rolle. Dazu kommen noch subjektive Empfindungen, zum Beispiel die Schönheit eines Rubins oder vorherige Besitzer. Mehr dazu finden Sie auch auf der Seite Rubine kaufen. Außerdem steigt der Preis eines Rubins durch Zulieferer und Händler, die mit dem Edelstein einen Gewinn erzielen möchten. Je mehr Parteien der Rubin passiert, desto höher wird meist sein Preis. Ein Rubin mit ca. 1 Karat kann also ein paar hundert Euro kosten. Er kann aber auch genauso gut mehrere tausend Euro teuer sein. Karat ist in diesem Fall die Einheit für die Masse des Rubins und nicht zu verwechseln mit dem vom Goldhandel bekannten Karat, welches den Feingehalt des Goldes angibt. Beispielpreise In der folgenden Liste finden Sie drei Beispielpreise von Rubinen mit ähnlichem Gewicht. Die Preise stammen aus dem Rubin-Angebot von Karat Online und verdeutlichen sehr schön die Preisunterschiede von Rubinen. Ein 1,18 Karat schwerer Rubin aus Bärme mit ovalem Schliff und mittleren Einschlüssen wird für einen Preis von 480 Euro angeboten. Ein weiterer, leichterer Rubin, 1,02 Karat, mit intensiverem Rot, ebenfalls aus Bärme und mit ovalem Schliff, aber mit nur kleinen Einschlüssen kostet schon 2410 Euro. Und schließlich ein Rubin aus Mosambik mit 1,14 Karat, ebenfalls oval geschliffen mit kleinen Einschlüssen, liegt bei 5000 Euro. Sie sehen also, die Preise variieren stark und die Frage wie teuer ist ein Rubin? Lässt sich niemals pauschal beantworten. Antworten